Kapitel 39 Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Hermine! Ah, Draco, du bist es! Sie fiel ihm um den Hals. Wo warst du die ganze Zeit? nuschelte sie an seinem Hals. Überraschung, erwiderte er nur. Langsam löste Hermine sich aus seinem starken Armen und muserte ihn skeptisch. Wann und wo? war das Einzige, was sie antwortete. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Ich sag nur so viel. Wir haben heute Abend ein Date. Ich hole dich um 19 Uhr bei deinem Zimmer ab. Nun umspielten auch ihre Lippen ein Lächeln. Nach kurzem Schweigen griff Hermine in Dracos Nacken, zog ihn zu sich runter und küsste ihn. Noch bevor er den Kuss erwidern konnte, löste sie sich wieder von ihm und ging auf direktem Weg in ihr Zimmer. Ganz zu seiner Freude, da er noch etwas Dringendes erledigen musste. Um 18.30 Uhr fing Hermine an, sich umzuziehen. Sie wollte sich etwas Besonderes anziehen. Letztendlich entschied sie sich für ein rotes Cocktailkleid, was an ihrem Oberkörper eng anlag und in einem weiten Rock fiel. Sie legte dezent Schminke auf und ließ ihre Haare locker über ihre Schultern fallen. Sie setzte sich auf ihr Bett. Normalerweise würde sie sich jetzt mit Ginny zusammensetzen und über das anstehende Date reden. Obwohl sie ja schon offiziell zusammen waren, war sie vor jedem Treffen noch etwas nervös. Würde sie ihm gefallen? Es klopfte. Hermine sprang fröhlich vom Bett auf und öffnete lächelnd die Tür. Doch was sie dort sah, ließ ihr das Lächeln sofort vergehen. Vor ihr stand Draco. Draco, der eine blutende Nase und ein blaues Auge hatte. Tausend Fragen schossen ihr wie so oft auf einmal durch den Kopf. Wer hatte ihn so zugerichtet und warum? War sein Vater wieder in der Schule? Oder war es Dave gewesen? Was würde jetzt aus ihrem Date werden? Und noch vieles mehr. Hermine, bitte stell keine Fragen. Vertrau mir bitte einfach und komm mit. Ohne zu zögern, schnappte sie sich ihren Zauberstab und folgte Draco, der sie sofort am Arm packte und hinter sich herzog. Hermine erkannte den Weg, den er eingeschlagen hatte. Der Weg zum Raum der Wünsche. Immer wieder drehte er sich hektisch um und spähte um die Ecken, die etwas verwirrte Hermine immer dicht hinter sich. Im Raum der Wünsche, der genauso aussah, wie er ihn vor vielen Stunden verlassen hatte, mit Ausnahme des Waschbeckens, das in einer Ecke stand, holten beide es einmal Tiefluft. Während Draco zu dem Waschbecken ging und versuchte, das Blut abzuwaschen, sah Hermine sich um. Das war also die Überraschung, die, wie sie dachte, jetzt wohl nicht mehr stattfinden würde, da, ja was war überhaupt mit Draco passiert? Wer hatte ihn so zugerichtet? Sie war ihm einfach so gefolgt, ohne auch nur eine einzige ihrer tausend Fragen zu stellen, aber das konnte jetzt auch noch ein bisschen warten. Sie trat neben Draco. Lass mich mal sehen. Sanft trittet sie sein Gesicht zu sich. Kurz schloss sie die Augen und schon hatte sie den gewünschten Lappen in der Hand, tränkte ihn mit Wasser und tupfte vorsichtig Draco das Blut vom Gesicht. Au! Er verzog vor Sperz das Gesicht und wich zurück. Ist sie gebrochen? Ich glaube schon, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Warte, lass mich das machen. Das geht gleich wieder. Sie zog ihren Zauberstab und richtete ihn auf seine leicht geschwollene Nase. Vertraust du mir? Ja, natürlich. Episki Mit einem leisen Knacks war die Nase wieder gerade und die Schwellung weg. Zeit zum Klagen hatte das Leserwin nicht, denn der Schmerz war sofort vorbei. Danke. Gerne. Sie säuberte weiter sein Gesicht, wusch den Lappen aus und gab ihn dann ihrem Freund. Hier, am besten kühlst du dein Auge ein bisschen. Sie drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf die nun wieder heile Nase und zog ihn mit sich auf das Sofa. Draco, was ist passiert? Es... es sollte eine Überraschung werden. Ich wollte die ganzen Ferien hierbleiben. Eben gerade war ich im Manor, um meinen Eltern Bescheid zu sagen. Mein Vater war so gar nicht damit einverstanden und, naja, hat mir einer verpasst. Dass sein Vater, Hermine, ihn und ihre Beziehung bis aufs Übelste beschimpft und beleidigt hatte, verschwieg er. Auch dass das Wort Schlammblut und auch Blutsverräter mehrmals gefallen war, verschwieg er. Ich bin abgehauen und vor die Appariergrenze appariert. Ich glaube, mein Vater ist zu Dumbledore appariert. Er sollte Recht behalten. Professor Dumbledore, wo ist mein Sohn? Wo ist Draco? Ich möchte ihn sprechen. Sofort! Mr. Malfoy, ich weiß und kann Ihnen nicht sagen, wo Draco ist, sagte Dumbledore mit seiner ruhigen Stimme ein leises Lächeln auf den Lippen. Ihnen wird das Lachen noch vergehen, zischte Lucius Malfoy. Wird es das? Die eisblauen Augen des Älteren blitzten kurz belustigt auf, dann schlich sich ein Ausdruck des Wissens hinein, jedoch regte er sich nicht. Und wie ist das wird? Lucius Malfoy lächelte hämisch, bevor er in den Kamin stieg und mit einer grellen, grünen Flamme und den gemurmelten Worten Malfoy Manor verschwand.